So hier sind wir jetzt auf Mauritius im Casela Park. Ich zeige euch nachher die ganzen Tiere, die es hier gibt. Wir essen hier jetzt erst mal zu Mittag. Hier gibt es ein tolles Ausflugsrestaurant mit ganz ganz tollem Blick hier in die Ferne. Hier drüben sieht man das Meer auch schon wieder und hier ist wie gesagt das Ausflugsrestaurant. Hier gibt es verschiedene Sachen zu essen und da werden wir euch das machen.